Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 26. Mai 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1008 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Updates, Init 7, Sunto 9 Peak, Build 2021, Fuchsia, Akara und Band 6. Dann starten wir doch gleich mal mit den Updates, denn diese könnt ihr schon anschmeissen. Nicht das Update selber, sondern vielleicht sowieso ein Backup, falls ihr kein so eines habt. Für iOS 14.6, iPadOS 14.6, TVOS 14.6, WatchOS 7.5 und macOS 11.4. Was ist da drin? Vieles, was schon angekündigt wurde. Podcast Subscriptions zum Beispiel für die Staaten. Dann Apple Card Family, aber auch die Möglichkeit oder die kommende Möglichkeit von Spacal Audio, wo man das auch immer wieder ausspricht, und Lossless Audio etc. Und auch beim WatchOS gibt es Dinge wie die EKG-Funktion, die für weitere Länder freigeschaltet wurden. Unter macOS gibt es Dinge, die mit der Grafikkarte zu tun haben, wer also da Probleme hatte, das tun. Und generell gilt das Update ziemlich wichtig zu installieren, weil es auch Fehler bei Sicherheitslücken wieder schliesst und somit eben wichtig ist zum Installieren. Aber denkt daran, vorab ein kleines Backup zu machen. Weiter geht es mit Init7, dem Schweizer Internetprovider, der die meiste geballte, schnellste Leitungen anbietet. Ich meine, ja gut, aus Deutschland kennt man es wahrscheinlich eher weniger oder vom Hörensagen. 1 Giga auf 1 Giga Leitungen oder 10 Giga auf 10 Giga Leitungen gibt es ja bei uns in der Schweiz schon ein Weilchen. Init7 startet die nächste Stufe und das ist eine 25 Gigabit in der Sekunde. Leitung, Fiber to the Home. Aber sowas von nach zu Hause. Ich bin nach wie vor traurig, hat unser Kabelanbieter bei uns in der Region da was technisch verbrochen, dass Init7 leider nie oder ziemlich sicherlich nie zu uns kommen wird. Sehr, sehr schaden. Dazu kommt, dass, so wie es ausschaut, unser Provider eh gescherte Geschichten macht, was Glasfaser anbelangt und somit müsste ich mir dann die Leitung mit 35 anderen Menschen teilen. Gut, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viel das 25 Gig in der Sekunde mit 30 oder geteilt durch 32 Menschen gibt, aber es wäre sicherlich nicht das Langsamste. Aber dennoch, wenn schon eine 25 Gig Leitung, dann möchte ich die auch für mich alleine haben. Klingt ein bisschen grosskotzig, Entschuldigung. Ja, dann hat Suunto, der finnische Sportuhrenhersteller, ein neues Modell vorgestellt. Und zwar gleich das neue Flaggschiff-Modell. Erst gerade vor kurzem habe ich euch im Kanal die neue Titanium-Uhr von ihm gezeigt bei der Baro-Linie. Und jetzt kommt, wie gesagt, das neue Flaggschiff-Modell. Es ist dünner. Es kann 170 Stunden GPS-Tracking. Es kann sich innerhalb einer Stunde komplett aufladen mit Schnellladefunktion und, und, und. Was da noch alles für Neuerungen mit dabei sind. Am besten Link in den Shownotes auf daily.tiktok.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens anklicken und durchlesen. Dann gibt es in dieser Woche vielleicht noch das eine oder andere von der Build. Build ist die Microsoft-Entwickler-Konferenz. Letzte Woche hatten wir ja die Google-Konferenz. In zwei Wochen haben wir die von Apple. Jetzt ist Microsoft dran, was bis jetzt gekommen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe heute nicht allzu viel mitbekommen. Natürlich ist sehr viel um Teams herum passiert. Da gibt es einige Neuigkeiten. Man hat auch seit Ende 2019 die Nutzerzahl versiebenfachen können. Unter anderem logischerweise wegen Covid und dem Homeoffice etc. Heftig, heftig. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Fuchsia-Lager. Was ist Fuchsia? Der eine oder andere hat es schon gelesen. Es gibt Blogs, die schreiben schon seit Jahren fast täglich darüber. Nein, übertreiben wir es nicht. Wöchentlich darüber. Das ist das neue kommende der Android-Nachfolger von Google, das auf allem laufen soll. Vom kleinen Smart-Device über den Fernseher, das Smartphone, das Tablet, den Computer. Und da ist jetzt das erste offizielle Stückchen rausgefallen, das nicht nur für Entwickler gedacht ist. Nämlich Besitzer eines original Google Nest Hubs können sich das neue Fuchsia installieren. Bevor ihr jetzt rausrennt und euer altes Homehub auspackt, weil ihr mittlerweile das zweite habt, wer sich dafür interessiert. Im Poképsy-Network-Kanal gibt es ein Video zum neuen, was also seit ca. 1,5 Monaten auf dem Markt ist. Gerne mal reinschauen. Ja, was wollte ich sagen? Ja, ihr müsst nicht gleich loslaufen und euch das installieren, denn ihr merkt rein gar nichts davon. Ausser wenn ihr in die Infos geht und schaut, was für ein Betriebssystem drauf ist. Das ist nämlich nicht mehr das Cast-OS, was auf Linux basiert, sondern eben dann Fuchsia. Aber optisch schaut es genau gleich aus. Ich hoffe, Google kann damit ein bisschen Speed aus diesem Teil rauskitzeln. Würde nicht verkehrt sein. Definitiv nicht. Dann hat der chinesische Smart-Home-Hersteller Akara neue Geräte vorgestellt. Wer hier dem Podcast folgt, hat sich das schon mitbekommen. Ich bin grosser Fan von den kleinen Sensoren und Möglichkeiten. Die haben jetzt neue Displays, neue Schalter mit integriertem Display, die Magic-Pad-Geschichten vorgestellt. Schaut alles toll aus, ist aber aktuell nur für den chinesischen Markt gedacht. Ich hoffe, das ändert sich mal. Dann haben sie auch vorgestellt, neue Lampen kann man machen. Und ja, auch ältere Geräte neu aufgelegt, wie zum Beispiel den Bewegungssensor und die Kamera. Dies zuerst als G1, dann G2 gab. Auch dazu gibt es Video im Pogipsi Network. Ich könnte eigentlich beides noch verlinken nachher, wenn ich daran denke. Und dann, genau. Jetzt gibt es die Akara G3. Ist ein ZigBee 3 integrierte, kann ich sagen, Smart-Home-Zentrale schlussendlich, die auf Gestensteuerungen reagiert und Menschen erkennen kann. Und wie gesagt, auch der normale Bewegungssensor hat ein Update bekommen. Muss ich mir alles genauer anschauen, wenn dann die Produkte auch in die Schweiz kommen. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Hinweis auf das neueste Video. Schon wieder Video, genau. Nämlich in der letzten Woche ist herausgekommen, das Huawei Band 6, der kleinste Fitness-Dongle-Tracker aus dem Hause Huawei. Auch das günstigste. Das habe ich für euch ausgepackt und konfiguriert. Wer sich das anschauen möchte, wer daran keine Lust hat, ich habe ja auch das mittlere Produkt, das Watch Fit und ein Video zu der GT2 Pro, also zu der grossen Smart-Watch, die übrigens täglich um meinen rechten Arm bammelt. Ja, das war es dann mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, habt einen tollen Start in den Tag und dann freue ich mich auf morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.